Ah, shit. Ich muss noch ein Video über meinen Kanal machen, damit Menschen verstehen, warum es um diesen Kanal geht. Es wird eh niemanden interessieren. Hey, du. Ja, genau du. Dich meine ich. Suchst du nach einem schlechten Kanal, um dir selber ein besseres Gefühl zu geben? Dann bist du auf diesem armseligen Kanal genau richtig. Hier erwartet dich jede Woche ein schlechtes Video. Ich gebe mir einen Monat. Mit schlimmer Qualität und Inhalten, die so unübersichtlich sind, dass keine Sau versteht, was für ein Content hier produziert wird. Mit anderen Worten, hier werden Videos erscheinen mit Content, worauf ich gerade Lust habe. Wenn man es sich so durch den Kopf gehen lässt, könnte man sagen, dass mein Kanal wie jeder zweite Nummer 15 YouTube-Kanal... Also wenn euch mein Content oder meine Persönlichkeit gefällt, was ich ehrlich gesagt nicht glauben kann, dann würde ich mich über ein Abonnement freuen. Und dann würde ich mich über einen Abonnement freuen.